In euren Videos ist es noch nicht weihnachtlich genug? Dann habe ich jetzt genau das richtige für euch, denn heute befassen wir uns mal mit Titeln und auch Transitions, die speziell für Weihnachten sind. Außerdem haben wir noch mal eine Verlosung für euch, das war aber am Ende mehr. Jetzt schauen wir uns erstmal an, wie man solche Videos hier einfach noch mal weihnachtlicher gestalten kann. Titel, aber auch Transitions spielen eine riesengroße Rolle, wenn es um den allgemeinen Feel von so einem Video geht. Das Ganze hat schon einen weihnachtlichen Feel, aber einfach nur, weil das Bildmaterial weihnachtlich gewählt ist. So, gehen wir jetzt aber mal davon aus, dass man nicht unbedingt schon weiß, dass es Weihnachten ist und wir wollen ganz gerne einen Titel einfügen, der einfach auch noch mal die Weihnachtlichkeit ein bisschen widerspiegelt. Dafür haben wir in Filmora alle möglichen Titel zur Auswahl und zwar, indem wir hier oben von dem Meine Medienbereich in Richtung Titel gehen. Da klicken wir einmal drauf und wenn wir hier nach unten schauen, dann finden wir hier schon hot markiert Weihnachten. Da klicken wir einmal drauf und ihr seht es bereits hier, es laden sich automatisch alle möglichen Opener und Closer und Titel und sonstige Sachen, die alle mit dem Thema Weihnachten zu tun haben. Und wir nehmen jetzt einfach mal diesen hier, diesen Hipster-Title und fügen den über unser Projekt rein. Und wenn wir das Ganze jetzt einfach einmal abspielen, dann seht ihr hier direkt Merry Christmas, Happy New Year, kommt hier mit so Rehen rein. So, das ist schon mal an sich ganz schön, aber es ist natürlich jetzt gerade hier in Englisch und wir brauchen das Ganze natürlich für Deutsch. Deswegen gehen wir auf unseren Titel drauf und mit einem Doppelklick wählen wir das Ganze aus und kommen in unseren Bearbeitungsbereich. Und hier seht ihr schon, ganz oben steht Merry. Also das bestimmt jetzt unseren oberen Schriftzug. In diesem Fall wollen wir Frohe drin haben, denn wir wollen den Leuten ja frohe Weihnachten wünschen. Dann wählen wir danach Christmas aus und schreiben hier einmal Weihnachten rein und hier unten schreiben wir rein und ein frohes neues Jahr. Und so einfach haben wir unseren Titel jetzt auf Deutsch umgestellt und können diesen jetzt eben verwenden, wie wir wollen. Das ist aber nur ein Beispiel und ihr seht es wahrscheinlich. Es passt nicht perfekt auf unseren Hintergrund. Unser Hintergrund ist zu hell und unser Titel eigentlich zu dunkel. Man kann ihn kaum lesen. Deswegen wählen wir einfach mal noch mal einen anderen Titel aus und probieren einfach, ob der vielleicht noch ein bisschen schöner aussieht. Wir nehmen jetzt einfach mal diesen Titel hier mit dem Weihnachtsbaum, denn der füllt den ganzen Screen. So, das ist im Endeffekt jetzt eigentlich ein ganzes Intro, das ihr hier seht. Also dieser komplette Weihnachtsbaum ist eigentlich eben ein komplettes Intro, ein animiertes und auch hier können wir aber wieder unseren Text anpassen und Merry Christmas ersetzen. Dafür wieder mit einem Doppelklick auf unseren Titel draufklicken und statt Merry Christmas wollen wir Frohe Weihnachten. Und jetzt seht ihr selber, dass das Ganze noch deutlich zu groß ist. Deswegen müssen wir hier einmal mit der Schriftgröße runtergehen und wir gehen jetzt einfach mal auf 50. Das ist schon deutlich besser. Und zusätzlich sehen wir, dass die Schrift zwar sehr weihnachtlich ausschaut, aber es mit großen Buchstaben nicht gescheit funktioniert. Denn unser I und unser H haben beide den gleichen Part von der Schrift als Verschnörkelung im Anführungszeichen. Deswegen probieren wir das Ganze nochmal und schreiben es aber klein. Dann sieht das Ganze nämlich deutlich besser aus. Und somit haben wir eigentlich direkt ein ganzes Weihnachts Intro hier für unsere Clips erstellt, wo der Tandembaum sich drauf animiert, wenn man da jetzt noch ein bisschen weihnachtliche Musik drunter legt, dann sieht das Ganze nochmal deutlich schöner aus. Und unsere anderen drei Clips, die können wir jetzt natürlich dementsprechend ans Ende von unserem Intro setzen. Das sind schon mal unsere ganzen Titel, die wir hier zur Auswahl haben. Also ihr könnt euch hier frei bedienen. Das ist wirklich viel an Auswahl, was man hier drin hat. Aber wir haben auch Transitions, beziehungsweise eben Übergänge. Das finden wir hier oben einmal unter Übergänge. Und auch hier finden wir wieder die Sektion Weihnachten. Und hier haben wir alle möglichen Übergänge, die wir auch einfach per Drag & Drop auf zwei Clips ziehen können. Ihr seht das hier. Sobald ich über zwei Clips drüber gehe, snappt das sozusagen auf die Timeline. Ich lasse einfach mal los. Und wir schauen uns einfach mal kurz den Schneemann an. Und ihr habt das gesehen, das ist eine sogenannte Wipe Transition. Das heißt, unsere Clips werden sozusagen von diesem Schneemann überwiped. Der geht langsam durchs Bild und danach kommt das nächste Bild. Wir haben hier aber auch noch andere Sachen, wie beispielsweise eben irgendwelche Holiday Transitions oder sowas. Schauen wir uns die mal noch kurz an. Also es gibt hier wirklich eine sehr, sehr große Auswahl an Transitions, die einfach mit diesem weihnachtlichen Stil ein bisschen einen Weihnachtsflair für eure YouTube-Videos oder auch Home-Videos oder Sonstiges verleihen können. Aber einen finalen Tipp habe ich noch für euch. Und zwar, wenn ihr in einem allgemeinen Video einfach ein bisschen einen winterlichen Flair oder sowas verleihen wollt, dann geht einmal in euren Browser und sucht einmal auf verschiedenen Stockplattformen nach Schnee. Und zwar ist es wichtig, dass dieser Schnee vor einem schwarzen Hintergrund ist. Denn damit können wir es in unserem Bild schneien lassen. Wir laden uns das Ganze jetzt einfach mal hier auf filmstock.wondershare.de runter. Sobald wir das Ganze heruntergeladen haben, ziehen wir das Ganze per Drag & Drop einmal hier in unsere Medien rein und nehmen dann unseren Schnee und legen ihn über unseren Clip bzw. unsere Clips, die wir damit überlappen wollen. So, ihr seht es jetzt, wenn wir das Ganze abspielen, dann spielt nur unser Schnee ab. Das ist natürlich nicht das, was wir wollen. Deswegen klicken wir mit einem Doppelklick auf unseren Schnee drauf. Und ihr seht es hier, unter dem Punkt Compositing haben wir hier verschiedene Blenden-Modi zur Auswahl. Und mit Blenden-Modi kann man verändern, wie ein Bild angewandt wird. Das heißt, wir sehen hier verdunkeln, multiplizieren, nachbelichten, Punkt, Punkt, Punkt. Und wir brauchen in unserem Fall heller machen. Und sobald wir unseren Schnee drübergelegt haben und die Ebene angepasst haben, können wir natürlich auch noch die Deckkraft etwas einstellen. Denn mit der Deckkraft können wir das Ganze nochmal ein bisschen besser in die Szene einpassen und vielleicht nicht ganz so extrem schneien lassen, sondern vielleicht ein bisschen eher in diese Richtung. So, dass es nur ganz leicht schneit, dass es auch nicht auffällt, dass hier am Boden noch kein Schnee liegt. Kommen wir also zum Gewinnspiel. Und zwar verlosen wir drei Filmora-Jahresabos und zusätzlich könnt ihr noch eine Fanbox gewinnen. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist unten einmal einen Kommentar da lassen in der Kommentarsektion. Natürlich, wenn es geht, den Kanal einmal abonnieren und einen Daumen nach oben. Freut uns natürlich auch immer sehr. Die Gewinner von dem Gewinnspiel werden das nächste Mal unten in der Beschreibungsbox wieder von uns bekannt gegeben. Deswegen schaut auch auf jeden Fall beim nächsten Mal nochmal vorbei. Ansonsten wünsche ich euch weiterhin eine wundervolle, ruhige Adventszeit. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Ciao!